Katharine Jessie Jean Allen ist eine ehemals für Österreich startende Triathletin. Bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen wurde sie Olympiasiegerin. Sie wird in der Bestenliste Österreicher Triathletinnen auf der Ironman-Distanz geführt. Leben Kate Allen wuchs als ursprünglich australische Staatsbürgerin mit ihren Eltern und drei Brüdern auf einer rund 1000 Hektar großen Schafarm in T-Style auf. Einem kleinen Ort 100 Kilometer westlich von Melbourne. Ihre Eltern motivierten sie bereits früh zum Laufen, sie lief nach eigenen Angaben beispielsweise regelmäßig die drei Kilometer bis zur Grundschule. Bereits als Kind nahm sie regelmäßig an Laufwettbewerben teil. Sie gewann mehrere Juniorenmeistertitel und galt als eines der vielversprechendsten Talente Australiens. Im Alter von zehn Jahren verschoben sich Ellens Interessen und sie begann zusätzlich mit dem Turn-Sport. Mit 20 Jahren schloss Allen ihre Ausbildung in Gesundheits- und Krankenpflege an der University of Ballarat ab und unternahm in den folgenden Jahren mehrere Reisen UA nach Europa. Bei einer dieser Reisen 1995 mit vier Freundinnen machte Allen auch in Kitzbühel Station ihr Reisegeld verdiente sie sich dort in einer Bar. Im Kitzbüheler Schwimmbad lernte sie Marcel Dichtler, damals 18-jähriger österreichischer Nachwuchstriathlet, kennen und freundete sich mit ihm an. Im Sommer 1996 überredete Dichtler sie zu ihrem ersten Triathlon in Kirchbichel, wo sie vierte wurde. Wenige Wochen später begann Allen mit gezieltem Triathlontraining, teils in Australien, teils in Österreich. 1999 heirateten Dichtler und Allen. Im Sommer 2000 schaffte Allen mit zehn Rennsiegen den Durchbruch. Den Europa Cup beendete sie als sechste, im Jahr darauf als vierte. 2002 erhielt sie die österreichische Staatsbürgerschaft. Im Juli 2002 gelang Kate Allen mit der schnellsten je erreichten Ironman-Debützeit der zweite Rang beim Ironman Austria. Wenige Wochen später debütierte sie in Lausanne im Weltcup mit einem 13. Platz. Weitere sieben Wochen später erreichte sie beim Ironman Hawaii Platz 7. 2003 folgte ihr Sieg beim Ironman Austria mit der schnellsten Ironman-Zeit des Jahres bei den Frauen. Das Olympia-Jahr 2004 begann Allen mit TM Silber in Valentia. 2004 bei den Olympischen Sommerspielen in Athen wurde sie nach einer einzigartigen Aufholjagd auf der Laufdistanz Olympiasiegerin, nachdem sie nach dem Radfahren noch auf dem 28. Rang gelegen hatte. Nach ihrem Olympiasieg wurde Kate Allen zu Österreichs Sportlerin des Jahres 2004 gewählt und erhielt das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um. Die Republik Österreich 2005 und 2006 wurde sie jeweils fünfte beim Ironman Hawaii. In der Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele 2008 hatte Allen beim Weltcup im neuseeländischen New Plymouth gemeinsam mit Mary Beth Ellis einen schweren Sturz. Sie schlug sich drei Zähne aus, das Seitenband im Daumen war gerissen, Gesichtsverletzungen wurden mit 20 Stichen genäht. Allen führte den Sturz auf eine Kollision mit Lisa Hütthaler. Ihre direkte Konkurrentin um einen Platz im österreichischen Olympia auf Gebot zurück und forderte daraufhin gemäß einem Interview in der Sportwoche vom RTV, nie wieder gemeinsam mit Hütthaler aufgeboten zu werden. Die Untersuchung des RTV ergab, dass Hütthaler, die zwar selbst nicht stürzte, aber disqualifiziert wurde, kein absichtliches Fehlverhalten nachzuweisen war. Letztlich nominierte der RTV Allen zusammen mit Tanja Heiberg und Eva Dollinger für die Olympischen Spiele. Allen erreichte als schnellste Österreicherin in Peking den 14. Rang. Kate Allen hatte das Ende ihrer sportlichen Karriere zum Saisonende 2009 angekündigt und der Start beim World Championship Rennen in Hamburg am 25. Juli 2009 sollte ihr letzter sein. Kurz nach der Ankündigung ihres Rücktritts vom Leistungssport berichtete das Magazin Profil. Beim Doppeltest nach ihrem Olympiasieg 2004 seien bei Kate Allen verbotene Substanzen aus der Gruppe der Glucocorticoide und Beta-2-Sympathomimetica festgestellt worden. Dem RTV wie auch der ITU lag zwar die Ausnahmegenehmigung von Elens Hausarzt vor, dass sie wegen Asthma diese Hilfsmittel benötige. Diese wurde aber nicht an das JUC oder das JUC weitergereicht. Das JUC akzeptierte das nachgereichte Artest nicht, weil es die Methode nicht anerkannte, mit welcher Kate Allens Hausarzt Asthma diagnostiziert haben wollte. Nach Intervenierung der Betreuer des österreichischen Olympiateams erhielt Kate Allen dann aber eine Ausnahmegenehmigung, den Provokationstest am Tag nach ihrem Sieg nachzuholen. Kate Allen dementierte anschließend, ihr Rücktritt habe in Zusammenhang mit den Berichten gestanden. Dieser wäre bereits unmittelbar nach den Olympischen Spielen 2008 angekündigt worden. Kate Allen lebt heute gemeinsam mit ihrem Mann Marcel Dichtler in Innsbruck. Im März 2011 wurde ihr Sohn Finley geboren. Sportliche Erfolge Auszeichnungen Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich Ein kroeg Bild circuit Ver koteln Verzeihrezegren Verreihbar Verzeihbar Verwer